Da ist er. Da ist er. Seht ihr ihn? Ich sehe ihn selber nicht, weil ich die Brille wieder auf habe. So, da ist der Bammus. Da kommt er gesprossen. Und da hinter ihm, da sprießt der Nächste. Und hier, da sprießt der Dritte. Und hier, noch einer. Ja, einer ist mir vorhin schon zum Geopfer fallen. Tja, Pech gehabt. Was wächst der auch an dieser Stelle, wo ich ihn nicht brauchen kann? Wir merken uns jetzt mal die Höhe dieses Exemplars. Der geht ziemlich genau eine Spanne hoch. Und dann gucken wir nachher mal, 24 Stunden später, wie groß der inzwischen ist. Das sind erstaunlicherweise jetzt die einzigen, die ich bis jetzt entdeckelt habe. Ansonsten sind hier noch keine. Wenn die kommen, dann kommen die normalerweise rasend schnell überall gleichzeitig. Wir haben es jetzt, ja, fast 1. Juni. Die haben sich also dieses Jahr ganz extrem viel Zeit gelassen haben. Die haben sich damit ganz viel Zeit gelassen. So muss das heißen. Und normalerweise kommen sie sehr viel dichter ran hier. Aber die haben sich weit von ihrem Heim entfernt. Und ich werde sie abtreten. Also wegtreten. Ihr habt einen gesehen, den habe ich vorhin schon aus Versehen erwischt. So bin ich überhaupt erst dahinter gekommen, dass sie da sind. Und hier, wo sie jetzt wuchern, kann ich sie gar nicht brauchen. Und das Praktische ist, wenn man sie einmal wegtritt, also abbricht, was auch immer, dann kommen die auch nicht wieder. Das ist also nicht wie so ein Zweig, der dann nochmal neu ausschlägt, sondern was ab ist, ist ab. Wenn, dann kommt nächstes Jahr halt neue Rizoma an anderen Stellen hoch. Und das werden dieses Jahr auch wieder einige sein. Ich schätze mal so, irgendwo zwischen 20 und 30 Stück werden von der Sorte hier hochschießen. Und dann innerhalb kürzester Zeit, naja, in den ersten paar Tagen, denke ich mal, 2 Meter hoch wachsen. Und irgendwie auch immer dicker werden. Ich kann ja mal zu den anderen rüberlatschen. Ihr merkt, ich bin heute ohne Funkmikro. Ich dachte, es wäre vielleicht mal nicht nötig. So. Der ist zum Beispiel jetzt so dick. Der ist so dick. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die irgendwie, je älter die werden, desto dicker werden die oder so. Sondern nach meinen Dafürhalten entscheiden die sich praktisch vor dem Wuchs schon, wie dick sie denn werden. Der ist zum Beispiel ungewöhnlich. Der ist unten offenbar intakt. Und hier oben, da scheint er komplett ausgetrocknet zu sein. Ah, da oben. Der ist da oben abgebrochen. Und der ist nicht weitergewachsen. Obwohl, der ist nicht gebrochen, der ist geschnitten mit dem Seitenschneider. Normalerweise schneide ich mir hier eine Schneise rein, weil ich mir sage, okay, ab dieser Linie von der Kante bis darüber, die darf nicht überschritten werden. Wer da drüber wächst, der wird gnadenlos mit dem Seitenschneider entfernt. Es sind einige dabei, die so abgetrocknet und trotzdem nachgewachsen sind. Vielleicht muss ich meine Theorie, dass sie nicht nachkommen, nochmal überdenken. Aber da ich nicht täglich über welche stolpere, die schon in der Vergangenheit hier auf die freie Fläche gewachsen sind, ist vielleicht doch was dran. Mal schauen. Gut, das wollte ich nur eben erzählen, wo ich jetzt die ersten wieder gesehen habe. So, nun ungefähr zwölf Stunden später. Na? So habe ich es, glaube ich, mit der Hand dahinter habe ich es gestern gemacht. Also ungefähr zwölf Stunden später, heute Nachmittag, machen wir das selbe Spiel hier normal. So, Selbertag, jetzt muss ich meine Hand hier hinhalten, da will ich das grün vor grün sehen. Selbertag, was sagen wir es jetzt, so vier Uhr nachmittags ungefähr. Tja, noch Fragen. Mal gucken, ich stelle hier schon immer so ein Körbchen hin, damit ich den sehe und nicht aus Vergehen. War der heute überhaupt schon da, hier der dritte? Ich glaube, der ist neu, oder? Da ist einer. Und da ist hinter dem Körbchen jetzt einer, der hier zum Nicht-Drauftritt, Erinnerung ist das. Ja, und sonst sehe ich hier was? Nee. Mal schauen, was dieses Jahr haben. Doch, da hinten, da hinten ist noch einer. Guck mal, da. Da ist der Nächste. Und Ich habe hier einen gesehen, die sind immer so verdammt gut getarnt. Hier ist der Nächste. Na, der ist auch schon wieder so groß. Das geht jetzt rasend schnell. Schlag auf Schlag. Und man entdeckt die meisten, indem man drauf tritt. Guck mal, hier sind noch zwei nebeneinander. Die habe ich eben geschickt verfehlt. Ja, da ist noch einer. Ja, da ist der Nächste. Ja, und das wird sich jetzt in den nächsten paar Tagen mit der Schlag auf Schlag gehen mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit. Und dann wachsen die wie Sau. Ja, und dann muss ich sehen, wie ich hier die alle wegkriege. Weil alle, die wir bis jetzt gesehen haben, sind außerhalb meiner Wohlfühlzone gewachsen. Und müssen deswegen leider gehen. So, mal gucken, wie das weitergeht. Höchst Vielen Dank.